Nun bitte Applaus für Bosco Elbert, der mit seinen sechs Jahren heute zum ersten Mal ganz alleine von Atlanta nach L.A. fliegt. Des Weiteren müssen wir uns entschuldigen, dass die Bordverpflegung leider verdorben war. Wir wünschen Ihnen trotzdem einen angenehmen Flug. Entschuldigung, ich müsste mal ganz kurz... Ich muss Sie nochmal darauf hinweisen, während des gesamten Fluges angeschnallt zu bleiben. Das wird nicht möglich sein, das schaffe ich nicht! Möge Gott, wir vergehen! Oh Junge, lass mich bitte kurz vorbei! Ich muss Sie daran erinnern, dass es während des Fluges nicht gestattet ist. Ach, was red ich da? Ich hab mir gerade in die Hose geschissen! Tun Sie, was Sie tun müssen! Ich sag doch, ich steig in kein Flugzeug mehr! Oh, was ist schon so schlimm daran, B.A.? Ich krieg's an! Harte Jungs sind das Größte! Ich hatte mal was mit Mossman laufen. Hinterher hat mein Bett gestunken wie ein Plastiksack voll gemähtem Rasen, der zwei Tage in der Sonne gestanden hat. Und sein Penis ist eine knorrige Wur...